Trennten Betten, soweit ist es also schon gekommen. Ich möchte, dass du mein Haus verlässt. Du kannst jetzt nicht schlafen mit einem Monster, denn... Was ist denn das für eine Scheiße, Alter? Sowas Bescheuertes habe ich ja nie gehört. Na, dann müssen die alle sterben hier. Komm her, du Creeper-Meeper, Alter. Komm her. Yo! Alter, weißt du was? Ich schlag den Creeper weg. Und dieser Skelett-Typ steht hinter den Creeper, schießt ihn nach vorne, Alter. Der wird beinahe explodiert. So, lass nochmal probieren, hier zu schlafen. Ach, Alter, ich krieg doch einen Kollateralschaden, Mann. Das ist eine Spinne. Wo denn? Alter, woher bergst du denn die ganzen Tiere, Mann? Er ist so ein richtiger Monster-Freund, Mann. Bist du Hagrid, oder was? Der hat die Spinne großgezogen nach dem Wald, Alter. Lass mich mal rein hier. Denkt auch, er kann mich aus meiner Bude ausschließen. Da hast du keinen Schlüssel in den Gepniffen. Das wäre so geil. Das wäre es, Alter. Das wäre aber geil, Mann. Ja, das wäre so geil. Das wäre eine Idee. Schließt man den anderen einfach. So, nachdem die Aufnahme eben gerade abgeschmiert ist, warum mein Game auch immer sich geklaustert hat, nachdem ich mein Inventar geöffnet habe, ist ein Rätsel. Oh, oh, oh. Der Rollator-Man hat mein... hat bei Minecraft in die Luft gejagt, Alter. Alter, wie viel Trash ich hier rumliegen habe. Machen wir eine Steinkiste, eine Holzkiste, oder was? Was? Eine Steinkiste, eine Holzkiste und so weiter. Wie? Steinkiste? Ja, Steinkiste, Holzkiste, dies, das, Bambaz. Wofan gibt es Steinkiste? Ach so. Ja, den Sachen reinmachen, Alter. Steinkiste? Alter. Dann gib mal mal Steine. Ja, sehe ich aus. Alter, wie hat er sich direkt bedient, Alter? Du scheiß Schmarotzer, Alter. Alter. Er schnurrt sich richtig durch, Alter. Ja, auf jeden. Was macht denn hier unser Getreide, Mann? Wächst nicht, Alter. Hängt fest. Hast du was zu essen? Ja, eigentlich leicht. Na her, da, Mann. Halt's auf, ruhig selber. Ich hab nur drei Dinger. Hier, hast du einen Pilz, denke ich. Ich bin ein Pilz-Super-Jug. Ja, wenn's gehen würde. Das würde da oben sind Bäume. Ja, geht doch. Nee. Natürlich. Warte, ich gucke, der Pilz. Jetzt guckt der nach, Alter. Sieht aus wie so eine Hexe oder was, die sowas herzaubert. Ja, ja. Ja, leck mich. Spaß, Alter. Was ist das denn? Loll, hab ich was Unfertiges geerntet. Oh, ja, Loll. Es gibt ja so Dinge, kannst du deine Rüstung aufhängen. Nein, das kenn ich schon. Also, da kommst du hier mit alten Hüten um die Ecke. Amor, Stein, Stein. Amor, Stein und Eisenbrech. Lass mal einen Creeper in die Luft gejagt, Leute. So eine Scheiße, Alter. Machen nur Zerstörung, machen mal eine ganze Umgebung kaputt hier. Was kann man aus Zuckerrohr machen? Guck mal nach. Wie? Zucker. Tränke. Das war's. Nicht zu essen. Komm schon, das kann doch nicht alles gewesen sein. Äh, Kuchen. Dann brauchst du aber noch ein Ei, drei Weizen und drei Milch. Tja, was denn noch bitte, Alter? Hier ist doch, hier ist doch super, Alter. Du brauchst. Äh. Ein, ein Schirchen, einen dunklen Pilz und einen roten Pilz. Na man, sehe ich aus wie ein Pilzsucher, oder was? Ne, wie eine Echse. Wie eine Warze auf der Nase. Wahrscheinlich. Alter, wie die Spinne hier kämpft. Man verpisst dich. Ja, ich bin doch COD. Wahrscheinlich. Digga, ist das für ein Riesenbaum, Junge. Was? Ach du Scheiße. Alter, was ist das für ein Krepelbaum, Alter? Der sieht cool aus, lass den mal so. Ja, Mann, der sieht irgendwie lustig aus. Das passt voll. Ja, Mann, mit dieser Mine hier. Ja, Mann. Edel, edel, Digga. So ein richtiges, kribbeliges Teil, Alter. Ich probiere mich mal hier, Alter. Eisenbrech, aber untere Liebe nicht. Tschüss. Es ist nicht auf der Welt zu sein, sagt der Hannes zu dem Stachelschwein. Ja, ja, weißer Hölger. Nein, Mann, hau ab, du Affe. Tschüssi. Alter, wie mich das ankotzt, Mann. Hier ist nichts, eisen, nicht, nichts. Ach, du Scheiße, der muss bei mir runterkommen. Aber ich suche Tiere. Ich spinne doch so ein netter Tierfreund. Ich möchte die Tiere herbergen. Ja, ist klar. Ich möchte mit zehn Katzen in der Wohnung chillen. Pfff. Wo bist du denn hin, Alter? Und diesen Loch kann sich alleine verdrücken, Alter. Ist doch nicht tief, Junge. Ja, aber ich brauche Tiere, Mann. Ich brauche was zu essen, Digga. Ich bin schon wieder hier am Limit. Ich lebe hart am Limit. Ja, genau. Ja, ich habe nur noch drei Dinger. Es ist scheiß Balken, Alter. Mein ist doch voll und hab nur ein Fleisch. Ne, das Fleisch wolltest du mir ja nicht geben, nur Wichser. Ja, wenn ich in die Höhe gehe, ne? Ja, was soll ich machen, Mann? Ja, verreck dich. Du Wichser, Alter. Oh, nee, Alter, ein Creeper. Na, hoffentlich verreckst du, Alter, für diese Frechheit, die du dir hier erlaubst. Ey, nee. Da ist noch ein hässiger Zombie, Alter. Jetzt wirst du doch lieber mal abgehen. Mein Leben ist bedrohend. Oh, da hinten könnte was sein. Schauen wir uns doch mal genau rum. Nee, da ist direkt noch ein Creeper, Junge. Ich, der Dschungel-Experte, weiß, was hier zu tun ist. Dort hinten ist sehr viel Rasen, aber immer noch keine Tiere. Könnte an mein Aussehen liegen. Alter. Hm? Die Weltverschönerung. Ja, Mann. Ich bin Weltverschönerungsexperte, Alter. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ben Lexer. Nee, das war ich sehr ohne, Alter. Ja. Der hat mich doch damals angeschrieben. Oh, Alter. Trotzdem wurde ich aus seiner YouTube-Karriere. Ja. Ben Lexer ist in die Lüfter geschossen. Wie er die Welt verschönet mit seinen Mülltonnen, Alter. So weit ist er aber noch nicht. Nee, nur nicht. Na komm, bitte. Ich bin schon viel 300.000, ne, aber... Ja, und 700.000 Aufrufe, Alter. Mehr als der Aponenten hat. Aber auch nur, weil die ganzen Videos per YouTube und so gestreamt werden. Also verstreut. Schafe und Mast, Digga. Schafe und Mast. Wie, now, Mast. Mutti, wir können Teppich legen. Ja, wir können jetzt ganz lange leben, mein Kind. Ja. Ganz lange können wir uns ernähren hier. Ja, stirbt alle. Puh, wie so ein Psychopath, Alter. Die Peter wird sich irgendwann einschalten, ich sag's dir. Ey, die Äppel heben wir uns auf, ne? Die Äppel? Äh, Goldäppel rausmachen. Was ist denn das? Antizid. Na, keine Ahnung, was das für eine Gülle ist. Braucht doch kein Mensch. Wie kann man nochmal die Tiere ziehen? Stroh, ne? Na, dazu brauchen wir erstmal ein Ding. Ganz genau. Na, ja, immerhin habe ich hier schon eine Graslandschaft gefunden, vor denen, was du erzählt hast, ne? Finde ich schon mal sehr amüsant und aufregend. Okay. Mhm. Hier geht's tief runter, da möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erkunden. Naja, da komme ich mal wieder zurück. Ich habe genug Essen dabei und du kriegst nichts davon ab. Oh Mann, warum? Ja. Ja, wer wollte denn der Mutter hier nichts zu essen geben, das letzte Fleischstück? Ach, du warst auch nicht so gefeinig. Ja, ja. Du kannst denn deine Miene verrecken, Alter, die baue ich sogar zu. Haha, die lasse ich sogar mit TNT in die Luft jagen, Alter. So ein Schmarotzer wie dich braucht man nicht. Oh, wie ich es hasse, immer wieder kann ich das zu Hause im Glück suchen, Mann. Ey, die ganzen sind ja so viele Creeper, Dinger. Creeper. Oh, die haben wir in Kohle, Alter. Richtig viel. Kohle, Kohle, schwuppdiwum. Ich will eigentlich so wiesig, Alter. Ich weiß nicht, ich wollte Cola, aber kein Eisen, Alter. Ja, das Problem kenne ich. Oh, Pumpkin, Alter. Kürbisse. Kann man damit was anfangen? Ich denke nicht. Scheiß auf die Pilze, Alter. Ich nehme die Pumpkins mit. Kürbissuppe. Lecker. Ich freue mich schon auf heute Abend. Ja, wenn ich dich in die Luft jage. Alter, wo geht es denn hier lang? Alter, meine Wegsuchfindung ist komplett gestört, Alter. Ich komme nicht wieder zurück. Die Mutter hat sich verlaufen, braucht wohl noch etwas, bis sie wieder da ist. Da läuft bestimmt als Kreuz und Bär rum, Alter. Ja, Mann. Ich freue mich schon auf Sie, aufs Video, Alter. Katastrophe, ich sage es dir, Digga. So, wenigstens Schweine. Also, für Essen habe ich erst mal gesorgt, Alter. Also, ich würde mal sagen, du bist die Hausaufgabe und machst alles zum Essen, ne? Und ich bin der Arbeiter. Ja. Dein Sohn, der kein Geld hat. Der Schmarotzer, der sich durchschnurrt, Alter. Es wird dunkel, alles klar. Ich habe nur noch drei Herzen, Mann. Nicht schlimm. Na, ich kann ja ruhig fallen. Ich komme nicht hoch. Naja, wurde ich mich erst mal in die Erde ein. Tschüss. Ja, machen. Lebe ich erst mal. Lebe ich erst mal in der 0,1 Quadratmeter Wohnung. Alter. So, das baue ich hier aus. Geht nicht. Verdammt. Noch eins runter. Noch zwei runter. Ich habe Pilze. Ich bin hier mal mit, ne? Ich kann nicht mehr essen und muss noch. Ja. So. Ja, Mann, Eisen, Alter. Endlich. So, jetzt kann ich erst mal hier mit einer Werkbank hinzimmern. Ich wollte schon mal Eisen gefunden, aber keinen Vorsatz. Alter. Alter, bist du... Alles klar. Schief mit dafür bekommen, dass ich, Ding, eine Bergbank gemacht habe, wie ich das schon vorher gemacht habe. Sondern was behindert das hier? Alles klar. Dann brauche ich jetzt einen Ofen. Es ist extrem dunkel, Alter. Ja, jeden Quadratmeter muss ich hier mit Facken hinzimmern, ey. Alter, erst mal alles. Hauptsache, ich hinschmeiß. Alter, was für eine behängten Wohnung ich liebe. Ach, hier. So. Jetzt erst mal Fleisch da rein. Jetzt erst mal eine Runde. Chill. Und wir leben hier on the baseline on the base drum. Alter, ich habe keinen Platz in Benta. Ich habe nichts, Mann. Das verrottete Fleisch schmeiß ich weg. Das schmeiß ich weg, denn das braucht kein Schwein. Irgendwie ist die Höhle richtig geil, Alter. So, jetzt kann ich erst mal was essen. So, ich bin wieder full live. Live is live. Na, 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 na. Da, 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 live. So. Oh, jetzt bin ich ja lang. Wir drehen uns immer weiter im Kreis. So, ich würde sagen, wir machen erst mal ab hier ein kleines Bäuschen. Und dann geht's auch dann weiter, ne? Bis denn. Was ist gut?